...möglicherweise ein vorgezogenes Doppelendspiel in der MSA-Klasse. Herr B. Rösel in Heimlich-A-Tisch-Razen. Die vielleicht zwei besten Doppelpaarungen bei diesem Ethica-Tischteniskap. Michael Ziegler, TV 48 Erlangen, Steffen Kölner, TV 48. Gegen den Ex-Zweitligisten Gregor Clemens Forster. Und Trifon Lengerov. Und T-Sv-Ansbach. B. Rösel in Heimlich-A-Tisch-Razen. Fürster spielt jetzt beim T-Sv-Bad Königshofer. Am Arsch gut gegen Reiß. Tisch eins. Man trainiert, wie man unschwer am Trikot sehen kann. schon mit allerhand Prominent aus der ersten Liga. Ja, gut, gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.